In vier einfachen Schritten zu Ihrem Möwe-Fahrrad. Wählen Sie ein Modell, passen Sie es auf Ihre Anforderungen an und buchen Sie eine Probefahrt mit dem Zahlungsmittel Ihrer Wahl. Das Möwe-Bike wird fahrbereit bis vor Ihre Tür geliefert. Nur Sattelstütze einstellen, Lenker festziehen und schon geht's los. Testen Sie Ihr Fahrrad für 14 Tage nach Lust und Laune. Zufrieden? Dann besprechen Sie mit unserem Kundendienst die Kaufdetails. Sie brauchen noch etwas Bedenkzeit? Kein Problem, wir holen das Rad auch wieder ab. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Buchen Sie jetzt Ihre Probefahrt und testen Sie es selbst. Und wenn mal eine kleine Reparatur ansteht, keine Sorge. Wir haben über 2000 Servicepartner, die sich vor Ort um Ihr Möwe-Rad kümmern.